Im schmalen Aufzug 360 Grad Zeichenkreis drehen. Fahren Sie auf einer S-Kurve. Überqueren Sie das Hindernis maximal 10 cm. Kostenlos einkaufen. Geheignet für alle Arten von Gelände, wie Kies, Gräser, Button und Absteuerung. Nach dem Zusammenklappen in den Kofferraum legen. Steigen Sie sicher und bequem auf die Seite des Rollstuhls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017